so dann schauen wir doch mal wie das ding auseinander geht ich muss tatsächlich sagen ich habe das gerät hier vermutlich schon zwölf jahre oder so und tatsächlich vor zwei tagen ist wie die sicherung durchgebrannt hier in dem gerät nicht in mir sondern in dem gerät jetzt schauen wir mal wie das aufgeht das ist ein massives metallgehäuse also ist wirklich schon ziemlich hochwertig es ist dazu gedacht dass man so eine autobatterie oder sonstige batteriequellen anschließt ich meine dass es bis 15 oder 16 wollen überhaupt keinen stress geben daher ist aber eigentlich diese batterie nicht durchgebrannt batterie sicherung natürlich jetzt schauen wir mal wie es aufgeht damit wir mal die sicherung rankommen ich habe schon was gesehen schauen wir mal die schreibchen hier hin ist ganz schön kalt hier an der halle allerdings denke ich so das könnte das problem jetzt hier sein sonst müsste ich tatsächlich noch den gasofen anmachen allerdings die vierte schraube schräubchen richtige schrauben sind es ja nicht befürchte das ist nicht die letzten schrauben hier im gehäuse sind die ich raus machen muss damit es aufgeht mal gucken ah das wackelt schon ziemlich seht ihr das aha interessant ist gar nicht schlecht gemacht einfach so ein bisschen auf die seite biegen dann kriegt man schon raus das ist ja easy mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet massiver kühlkörper wir haben einen lüfter gut das wüsste ich ja spule wahrscheinlich hier noch so ein mosfet ich weiß dass es immer klickt bei dem gerät wenn man es einschält die kleinen schräubchen hier oben müssen auch raus habe ich hier irgendwas hier rein passt ja das sieht ganz gut aus ich habe auch gesehen dass zwei sicherungen hier drin sind eine für den eingang und eine für den ausgang hier unten diese diese output ausgänge für bananenstecker ich erzähle gleich noch was zu dem ladegerät hier unten sind auch noch zwei ich würde schon gerne reparieren allerdings weiß ich nicht welche sicherungen hier drin sind das sind auf jeden fall glassicherungen so was habe ich natürlich nicht da allerdings weiß ich natürlich auch nicht welche sicherungen da rein und dementsprechend muss ich jetzt mal gucken was da drin ist schauen wir mal geht es ab ja es geht ab ok hä 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 ach komm geht's doch nicht hä komm komm die Paula alles klar okay diese stopfen hier die sind nachträglich eingebaut worden dass sie sich nicht raus bewegen haben sie hier noch ein bisschen heißkleber fixiert kann man machen ja da ist noch was dran naja bloß nicht kaputt machen natürlich nix jetzt wird's raus ja das sieht schon viel besser aus hier der kleine Nippel hier das sieht wirklich nach sehr solider Technik aus muss man schon sagen da hat sich Robbe der Hersteller von dem Gerät schon ziemlich was dabei gedacht hier haben wir einen Chip Pieper ein Relaiskontakt jetzt wissen wir auch warum das klickt ein bisschen Staub und einen großen einen großen Kondensator ah hier haben wir zwei Widerstände wahrscheinlich fürs Entladen weil er kann ja auch entladen normalerweise kann er bis 6,5 Ampere entladen aber das Gerät reagiert auf Temperatur wenn wir richtig suchen findet man vermutlich auch noch irgendwo einen Temperatursensor ich schätze mal ganz stark hier hinten an dieser an dieser Kühlplatte das hier irgendwo einer ist hier haben wir zwei MOSFETs an der Kühlplatte dran das seht ihr so nicht vermutlich hier hinten sieht man die Füßle hier haben wir auch noch einen jetzt schauen wir mal was da für eine Sicherung drin ist hier sind die Knöpfchen also hier haben wir eine Sicherung und hier oben ist die Sicherung die durchgegangen ist warum weiß ich dass die Sicherung durchgegangen ist weil ich es durch das Gehäuse gesehen habe schauen wir mal ein bisschen sauber machen er ist durchgebrannt aber warum 20 AL 250 Volt natürlich kann man die auch für Gleichstrom nutzen aber warum ist die durch mal ehrlich warum ist die durch das Ding war an der Batterie angeschlossen und nicht an einer anderen Quelle an der Spannung kann es nicht gelegen haben am Strom eigentlich auch nicht weil man muss natürlich wissen auch wenn ich jetzt ein 100 ein Netzteil verwenden würde das 100 Ampere liefern kann heißt es nicht dass dieses Gerät 100 Ampere ziehen würde wenn es das nicht muss weil es nicht gefordert ist deshalb frage ich mich warum diese Sicherung hier rausgegangen ist wir machen jetzt mal kurz einen Test und zwar ich hole eine Flachsicherung und drücke die da mal rein das geht schon und dann schauen wir mal ob die Flachsicherung auch durch geht wir nehmen sogar eine mit weniger Ampere das Gerät schafft 6,5 Ampere Ladestrom das heißt wenn man eine Besicherung rein tun würde mit maximal 10 Ampere müsste das locker reichen das muss schon Grund haben warum das hier rausgegangen ist ne einen Augenblick mal kurz Jungs so da habe ich jetzt mal eine 15 Ampere Sicherung jetzt brauchen wir nur noch irgendwas was uns den Strom hier liefern kann ne Ah ich hab was so 14,4 Volt müsste gehen so schauen wir mal das muss nur angehen das reicht schon machen wir es so stecke die hier rein damit die Flachsicherung hier nicht rausfällt so schauen wir mal was passiert könnt ihr das so sehen das Gerät leuchtet nicht ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen hin zu drehen dass ihr das seht ein bisschen mehr noch drehen so schauen kurz ob ihr das sehen könnt und dann ist es ein bisschen schräger hier unten natürlich das hier weg dass es nicht auf Metall kommt ja müsst ihr das sehen also schauen wir mal kurz ne Achtung machen wir erst Plus hin und dann Minus Scheint wieder zu funktionieren also es ist nur die Sicherung die kaputt gegangen ist Top Sache Ok machen wir es nochmal aus nochmal an vielleicht hört man auch das klicken ich bin mal ganz ruhig so ja tut jetzt schauen wir mal ob ich es hier festmachen kann ja jo jetzt haben wir mal noch kurz den Knopf drücken ihr seht das nicht ich darf das nicht zu arg bewegen vielleicht gehen wir einfach mal kurz zusammen hin ich versuche es mal von der Blendung so hin zu drehen dass ihr das sehen könnt so müsste das gut gehen ne also man hat verschiedene Knöpfe in dem Gerät und wenn man die durchschält ne kann man die bis zu drei mal man sieht das nicht mehr richtig so natürlich ist jetzt keine Batterie dran nur hier wäre jetzt na Moment ich möchte dass ihr das sehen könnt so na bleibt da so können wir verschiedene Modis hier könnten wir jetzt sehen ob der Strom raus kommt oder nicht beziehungsweise wie viel logischerweise so was haben wir hier verschiedene Speicher für Ladung und Entladung Discharge Discharge na komm hier kann man Peak Spannung sehen hier kann man die Durchschnittsspannung sehen hier können wir sehen wie lange es dann schon gelaufen ist hier können wir sehen wie viel Strom in Wattstunden eingespeichert wurde in die Batterie hier können wir die Eingangsspannung sehen von 15,5 Volt das ist ja das was ich vorher gesagt habe bis 16 oder 17 ich weiß es nicht mehr genau es ist wirklich kein Problem das so zu verwenden hier können wir einstellen wie stark die Ladung ist ich zeige euch jetzt mal kurz wie viel Strom aus dem Gerät hier rauskommt wir stellen jetzt hier einfach mal 6,5 Ampere ein weil das schafft er nämlich 6,5 Ampere ich hole jetzt kurz den Akku Moment ich nehme hier ein LiPo weil ich weiß der schafft das muss ich hier aufpassen da ist noch ein anderer LiPo eingesteckt warum ich dieses Ladegerät hier nicht mehr großartig benutze liegt daran weil es kein Balancer hat ich müsste jetzt einen externen Balancer verwenden für dieses Ladegerät dann könnte ich natürlich auch LiPo Akkus ohne Probleme balancen also ähm jetzt muss ich kurz gucken Plus ist hier das zeigt er mir sowieso an wenn es falsch rum ist Minus haben wir hier so jetzt geht er auf Ready weil er festgestellt hat es ist ein Akku dran ich habe jetzt hier einen 2S LiPo Akku angeschlossen und jetzt stellen wir den ein wir müssen nämlich den Ladegerät sagen dass wir ein LiPo haben LiPo Akku 2 Zellen so und jetzt gehen wir auf den Charging Modus und laden den Akku und schauen mal 6 Ampere aus dieser Batterie ist ziemlich sportlich muss man allerdings sagen die Spannung kommt jetzt raus und hier sehen wir den Eingang Strom warum geht er nicht höher das kann ich euch erklären das liegt daran weil die Spender Batterie die den Strom liefert gerade eben abgebrochen ist weil die Spannung zu niedrig geht ich zeige es euch gleich wir haben hier 15,38 Volt Eingangsspannung und wenn wir jetzt laden dann wird ja der Strom der geladen werden soll von der Spender Batterie genommen und jetzt schaut was die Spannung sagt er hat schon abgebrochen das ist zu krass aber nicht schlimm es funktioniert das war die Hauptsache gut ich könnte jetzt mal schauen ob ich es eventuell umbauen könnte mit dieser Sicherung aber ich glaube das passt nicht rein dementsprechend beenden wir hier das Video ich habe euch mal mein Ladegerät gezeigt beziehungsweise eins von meinen beiden und ich werde jetzt dann schon eine Glassicherung hier besaugen das ist normalerweise kein Problem und dann wird es wieder zusammenbauen und dann läuft das Teil wieder so ich danke euch fürs Zuschauen vielleicht hatte er der ein oder andere Spaß an diesem kleinen Video hier und jo man sieht sich bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020